Einmal switchen. Noch kann ich nix. Warten wir mal. Ich muss das Spiel also machen. Ne, jetzt der Narwal. Schau mal, gleich noch. Ja, ja, ich weiß. Der Einhornwal, oder wie hieß das? Ja, genau, Einhornwal. Weil es römliche Einhornwal. Aber ich nehme den Einhornwal. Entschuldigung, das habe ich hinterbrochen. Ja, da ging es um die Thunder Brothers, glaube ich. Und ich habe dann, ich habe verstanden, statt Thunder, also Donner habe ich verstanden, die, was habe ich verstanden gehabt? Irgendwas habe ich falsch verstanden gehabt. Und ich habe dann bloß gesagt, Brothers. Brothers. Lyle hat geschrieben, dafür kann ich nur Dorfdeutsch. Extras? Dorfdeutsch. Dorfdeutsch, ja gut. Das können wir auch. Das kriegen wir noch. Das sind jetzt, glaube ich, runterladbare Sachen. Carnival of Chaos, Night of the... Ich glaube, die muss man runterladen. Oder? Ah, das sind die Köche. Die haben wir ja. Mach mit und genieße die leckeren Mooncakes und die hübschen Laternen. Da müssten wir ein neues Spiel machen, oder wie? Warte mal, Spiegladen. Was? Wir haben keinen Slot mehr? Was? Meine Spiele sind weg? Nein, wir müssen von vorne anfangen. Ach, tatsächlich. Ja, blöd. Ist schon eine Weile her. Ja, Dorfdeutsch. Lyle, das kriegen wir auch noch hin. Aber wie gesagt, Englisch zuhören, okay, kein Problem. Sprechen aber seit der Schule, meh. Und vor allem nicht flüssig. Huch. Oh, wir spielen jetzt irgendwie Weihnachtslevel, habe ich, glaube ich, gemacht, oder? Ähm, ist da... Ich glaube, das sind alle Jahreszeiten. Ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Okay, warte mal. Komm, gehen wir mal da hin. Ui. Mit Portalen? Das ist aber neu. Ja. Schauen wir doch gleich mal, oder? Ja. Oh mein Gott, ich weiß keinen Nullinger mehr. Ich muss gleich gucken, wie jemand die Steuer rumhält. Ich weiß das auch nicht mehr. Ich habe letztens, vor zwei, drei Tagen habe ich erst dann gedacht, Overcooked wäre mal wieder geil. Und da dachte ich immer so, aber toll, wie ging die Steuerung gleich wieder? Hätten wir uns eigentlich mal schnell angucken müssen, gell? Koche Milch und was, geraspelte Schokolade in einem Topf auf und serviere das Getränk mit Schlagsahne. Nein, nicht ready. Ich wollte gerade sagen. Was brauchen wir? Ähm, ähm, nein, äh, das nehmen. Schau mal, ich habe hier irgendwo einen Olme. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gebe dir das mal. Vielleicht brauche ich Schluss. Ich brauche irgendwas zum Schneiden. Ähm, du musst mir Milch rübergeben. Hab ich nie, da kommt sie. Das ist doch keine Milch, nicht. Oder? Das ist das Einzige, was ich da habe. Ach so, ähm, wie kann ich die jetzt hinzufügen? Ich weiß nicht. Ach, das ist Sprühsahne. Das ist Sprühsahne. Wie schneide ich das? Die musst du schneiden, genau. Aber das eine war gerade Sprühsahne. Nein, ich gebe das gleich wieder. Ups, muss ich die Margie jetzt auch schneiden? Scheint so. Ach Gott, wir sind total verpeilt. Das eine ist Sprühsahne. Hey, jetzt rast nicht aus. Oh, scheiße, ich habe es weggeschmissen. Ist aber nicht gut. Ähm, ich brauche noch Milch. Kannst du mir noch... Das ist, das ist, glaube ich, ja, genau. Ja, have fun. Danke. Ähm, bl 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 bl. Okay, jetzt muss ich das... Ähm, brauche ich eine Schokoladegehackte und die Marshmallows, genau. Ah, die ist fertig. Die Gehackten sind fertig, ja. Äh, ach so, die... Ah, okay, warte. Ne, die ist noch nicht fertig, verdammt. Ähm. Ne, ne, ähm, ich muss es dir wieder geben und du musst es rausreichen. Ah. Ist es richtig? Nein, scheiße, ich habe eins verkackt. Ähm, lass das eine nochmal durchlaufen und eins davon schickst du weg. All right. Ähm, ich brauche nochmal... Na, scheiße, Marshmallows, egal. Braucht Schokolade und Milch. Milch, ja. Milch. Milch. Ei, 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 ich habe es total verkackt. Okay. Kann ich es jetzt nehmen, dass du da... Äh, ich habe es sowieso verkackt. Ich muss eine Schlagsahne draufhauen. Aber das hier kann ich doch eigentlich schon nehmen. Nein, kannst du nicht. Da muss eine Schlagsahne draufhauen. Das letzte ist das. Ähm, scheiße, ich habe die Marshmallows verkackt. Warte, ne, pass auf. Ähm, das muss da rein. Und dann muss... Das hier. Kannst du mir die Schlagsahne auch rübergeben, dann kann ich die draufhauen. Das kann ich dir geben. Das ist fertig. Gib mir noch die Schlagsahne, ich muss eh nichts machen, außer hier stehen. Dann gib mir die Schlagsahne, kann ich draufhauen. Äh, ich brauche Tassen wieder. Äh, ich brauche Tassen. Exempuse, meh. Wo kann man die spüren? Ich kann die gar nicht spüren. Ah, dann gibst du rüber. Ja, das machen wir. Die kacken ist schon total. Okay. Gib mir mal Schokolade, damit ich die hacken kann. Äh, Schokolade. Ja. Danke. Da kommt, äh, die... Ja. Die eine, wo ich eine Schlagsahne drauf tun muss? I think so. Nee, da kann ich keine Schlagsahne drauf tun. Was ist da drinnen? Das ist die dreckige Tasse, achso. Oh Gott, ähm... Ich bin gar total überfordert. Achso, ich brauche... Ich muss die Tassen spülen. Äh, wie ging die Tassen spülen gleich wieder? Äh, vielleicht... Oh, scheiße, ich habe Schokolade weggeschmissen. Achso, hier. Okay, warte. Jetzt. Und dann... Oh Gott. Da sind auch Dreckige Tasse. Okay. Okay, ich habe eins fertig. Ähm, genau, ich brauche dann wieder Milch. Ach Gott, wir verkacken es schon. Schnell raus, du nicht. Ich habe dafür, dass die erste Runde ist. Yay. Äh, Milch. Milch. Schoki. Ähm... Ich gebe dir mal nochmal Schoki und Marshmallows, dann kann ich nur was schnitteln. Kein Schoki. Ähm... Kein Stress. Natürlich, Stress. Wollte nur so nebenher. Mal so. Äh. Oh oh. Sag, ich habe keinen Sinn, gell? Äh. Nein. Äh... Äh... Ich glaube, da ist nochmal eins mit Schoki. Äh... Hier ist nochmal eins fertig. Ich brauche nur Milch. Äh... Äh... Ach du Scheiße. Gut, Milch kommt, Gott sei Dank. Ähm... Milch. Ähm... Dann mit Sprühsahne und Marshmallows, okay. Äh... Das klingt total süß. Okay. Ich könnte gut zu essen, hey. Okay. No problem. Das ist fertig. Wenn du kannst, springen, schitt schon mal wieder Milch rüber. Ja. Milch kannst du eigentlich immer rüber schicken. Oh man, wir sind total schlecht. Ich glaube, wir müssen sechs schon mal besser organisieren. Aber dafür, das ist die erste Runde seit wie vielen Monaten? Ich glaube, das haben wir das letzte Mal vor einem Jahr gespielt. Ja, ich glaube auch. Äh. 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 Okay, schaffen wir eh noch was. Aber du musst ja echt alles machen und ich stehe hier bloß blöd rum. Wahrscheinlich hätten wir uns das besser aufteilen müssen. Die Sprühsahne hätte vielleicht behalten. Scheiße, ich habe ja gar keine Tassen mehr. Nein. Oh. Komm. Verdammt. Ja. Oh ja, immerhin haben wir was verdient. Scheiße. Können wir was für die Sprühsahne verkaufen. Wollen wir es nochmal machen? Ja, können wir machen. Wie sie gerade geschrieben hat. Ach ja, der Superchaos von Overcooked. Das stimmt allerdings. Also machen wir einen Neustart. War ja fast so ein Stresslärm wie bei DVD. Ja, ja. Vollgas. Ach Gott. Also gut, das können wir wieder bespringen. Die Tipps kennen wir jetzt. Also gut, ich schicke dir gleich mal Sachen zum Hacken rüber. Und ich behalte die Sahne. Ich schicke dir Milch rüber. Genau. Eins, drei, drei, vier. So. Einmal. Zweimal. Zweimal. Okay. Okay. Hey, gib mir das. Okay. So, dann brauche ich dann nochmal gehackte Schokolade. Die packen wir da rein. Tun wir noch kochen. Die erste kommt hier rein. Die Schlagsahne, die brauche ich. Achso, die, oder? Halte ich hier, dann kann ich auch was machen. Okay, dann schicke ich dir das erste rüber. Dann haben wir... Einen haben wir mit Schlagsahne und einen machst du bitte ohne. Wie mache ich denn die drauf, die Sahne? Mit X. Mit X? Japp. Ah, jetzt... Haha, okay. Also, ich denke schon, irgendwie... Der ist ohne. Genau, einen ohne. Japp. Okay, dann... Ähm... Genau. Warte, Milch hab ich noch. Jetzt muss ich nur Schoki reinschmeißen. Und dann... Ähm... Mit... Genau. Dann, wenn du mir mal wieder Zeug zum Hacken rüber gibst? Nein! Verdammt. Also, den kannst du gleich so rausschicken. Der kommt, glaube ich, ohne Schlagsahne raus. Jawohl. Äh... Milch? Ich schicke mal eine dreckige Wäsche, wollte ich schon sagen. Geschirr rüber. Und du müsstest mir auch Marshmallows rüber geben. Ja, ich versuch gerade... Scheiße, jetzt hab ich Schokolade verpatzt. Schokolade hab ich noch genügend. Achso. Marshmallows. Ja. Oh Gott. Was muss ich denn als Nächstes machen? Schokolade? Marshmallow? Okay, die ist fertig gewesen, gell? Ja, die war fertig. Okay, dann tue ich die einmal da rein. Mit Marshmallows war das. Und du musst da nur Schlagsahne drauf tun. Okay. Ach Mist. Gut. Dann packe ich mir gleich mal die Schokolade runter. Ähm, dann haben wir Milch, Schokolade und Marshmallows. Milch... Äh. Milch, Schokolade und, ähm, dann... Hä? Schau mal, wenn mir geht keine Sahne drauf. Hilfe! Okay. Keine Sahne drauf? Ähm, nee, normal ist noch keine drauf. Doch. Okay. Ähm, Milch, Schokolade, Marshmallows... Marshmallows? Achso, Marshmallows kann ich nur in die Tasse packen. Okay, zack. Da kommt jetzt... Ich krieg dir mal direkt das Geschirr rüber. Ja. Wäre nicht schlecht. Kommt da noch was drauf auf die... Nein, nix. Einfach raus. Ähm, was haben wir als nächstes? Milch und Schokolade. Scheiße, äh, hätte ich schon fertig. Braucht bloß die Tasse. Gib mir die Tasse. Ja. Mist. Hör auf. Einmal brauchen wir nur Schoki. Ja, bin ich gerade dabei. Also du. Fertig. Okay. Ach, Milch und Schoki halt. Ja, Milch und Schoki. Ähm. Ähm, dann haben wir... Ich gebe dir gerade dreckige Geschirr rüber und ich gebe dir mal die Tasse. Ähm. Ähm. Oh oh. Milch und Schoki. Ähm. Alles on the way. Ja, I see. Ähm. Dann haben wir einmal Milch und Schoki. Ähm. Hast du wieder dreckige Tassen? Ja, hast du die. Äh. Ich kann helfen. Ja, ich weiß. Wenn ich wenigstens die abspülen will. Scheiße, scheiße, scheiße. Schaut mal nimmer her. Doch, 90 Sekunden. Äh, die normale Schoki könnte man nimmer her. Okay. Okay. Äh, äh. Ja. Scheiße. Mist. Schau mal jetzt besser an. Was hat sie geschrieben? Aber es sieht schon irgendwie toll aus und lecker aus. So auf eine Art Zuckerschock. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich glaube auch, das ist das Richtige. Aber wir haben schon mal mehr mehr Geld verdient. Wir haben auch mehr Minus, aber okay. Äh. Äh. Nicht wirklich. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Ja, ja, schon. Ich glaube, wenn wir ganz abgelust haben, ja, wir haben noch nicht mal. Okay, wir müssen jetzt besser, noch besser zusammen machen. Machen wir uns einen Plan. Ja, wir müssen ja nochmal schon, wir haben keinen einzigen Stern. Das ist ja los. Ja, genau. Und solange wir keinen Stern haben, kriegen wir auch nicht das nächste Level. Verdammt. Nach dem Motto in der Weihnachtsbäckerei, ja, schon irgendwie. Selbst wenn, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ich habe mindestens ein bis zwei Sterne hin. Okay, dann müssen wir uns noch besser organisieren. Ja. Ach Gott. Also gut, du gibst mir jetzt von jedem drei rüber und ich gebe dir von jedem drei, damit ich hier alles voll hacke. Genau. Tue ich die Milch schon mal fertig kochen? Milch eins ist fertig, Milch zwei ist fertig, Milch drei ist fertig. Okay, wir brauchen jetzt einmal Schokolade, genau, und einmal Schokolade und Marshmallow. Jawohl, Schokolade ist eins und dabei, machen wir nur zwei. Entschuldige, kommt gleich nochmal eine. Bitte schön. Dankeschön. Gib mir gleich nochmal was zum Schnippeln, bitte. Von jedem drei am besten, dann ist nicht immer zu viel. Gib dir drei Milch fürs nächste. So. Nein! Ah! Oh, fast anbrannt. Fast anbrannt. Also Milch und dann, habe ich gesagt, einmal mit Marshmallows. Genau. Ah, jetzt habe ich den Topf da hingestellt. Okay, dann haben wir, einer ist fertig. Den schicke ich dir schon mal rüber. Perfekt. Genau, dann haben wir einen nur mit Milch und Schokolade, den fülle ich da auch gleich ab. Zack. Da brauche ich ja auch nichts mehr drauf machen. Nein. Dann brauchen wir jetzt als nächstes Schokolade und Milch, den haben wir gleich, genau. Oh nein. Achso, der ist noch nicht fertig. Also Milch und Schokolade wieder einer. Den schicke ich dir dann gleich rüber. Jawohl, nimm gleich das Dreck. Ja, geht nicht. Ich will bloß wegstellen. Achso, nein, jetzt habe ich... Everything is all right. Hä, was war das jetzt? Jetzt habe ich zweimal Milch. Hä? Wie kann ich das rauskippen? Scheiße, das musst du rauskippen, weil du hast den Mülleimer drüben. Oh Gott. Kannst du die Milch nicht brauchen? Achso, da ist doppelt Milch drin. Ja, da ist doppelt... Das ist auch was. Das ist doppelt Fahne, wo die... Mir war das jetzt auch gerade neu. Genau, das ist ein Lächter. Schau, ich habe schon wieder das Dreckige Geschirr vergessen. Ah. Da ist nein. Da ist ein Topf. Dankeschön. Okay, dann brauche ich Marshmallows. Scheiße, da habe ich ja ganz viel Marshmallows. Da ist ein Topf. Da ist ein Dreckiges Geschirr. Und dann haben wir gleich das Nächste. Ich habe noch nichts fertig. Gleich, gleich, gleich. Sag mal, erwähnt du einmal demnächst Schokolade. Ja. Da muss jetzt noch Schlagsahne mit drauf. Jawohl. Dann haben wir als nächstes Schokolade und Milch. 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 Ähm, gut. Okay, Schokolade und Milch ist fertig. Ähm, Schokolade und Milch. Ich brauche da eine Tasse. Und auf die Schokolade und Milch muss Schlagsahne drauf. Ich habe mal natürlich wieder die völlig falschen Rezepte. Echt? Sorry, wir müssen da fehlen. Ja, genau. Ich hätte einen mit Marshmallows braucht. Milch. Achso, ich sollte eine Schokolade nur überreichen. Ja. Und Marsh ist eine... Ja, genau. Das passt perfekt. Oh, ne. Die sind ja schon fertig. Okay. Schokolade und Milch. Äh. Also du brauchst jetzt einen Schokolade, Milch und Schlagsahne. Und dann auch wieder einen mit Schokolade, Milch und Marshmallows. Der ist fertig. Äh, Schokolade, Milch und Marshmallows. Und da musst du dann noch Sahne mit draufpacken. Jawoll. Oh, äh, oh, oh. Oh, Gott. Tut die mit weg. Äh. Da muss noch Sahne drauf. Oh, scheiße. Ich habe das dreckige Geschirr wieder verpasst. Ähm. Das ist so. Das ist einfach so. So random halt. Ich schreibe überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich mache einfach nur, was da kommt. Also so. Aber jetzt hat der ja okay. Da bist du ein bisschen Spur. Oh, das Level ist echt schwer. Es ist eins von eins. Das kann gar nicht schwer sein. Das sind einfach nur Noobs. Oh, Geschirr. Wenn ich wenigstens so abspülen könnte. Du musst echt alles machen, du Arme. Äh. Das nächste muss schon Schlagsahne draufhauen. Das schafft man glaube ich nochmal, oder? Schafft er das nochmal? Okay. 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 Ein Stern, Gott sei Dank, endlich.